Ihre Traumanlage an einem Wochenende realisieren, also in ca. 8 Stunden eine komplett betriebsfähige Modellbahn bauen, ist das überhaupt möglich? Die Antwort lautet ja. Auch wenn Sie Einsteiger sind und sich die Fähigkeiten, eine Modellbahn aufzubauen, erst aneignen wollen, ist dies ohne Probleme möglich. Doch nun wollen wir uns ans Werk machen und mit dem Aufbau beginnen. Zunächst werden die Tunnelunterlage und die Leisten an die entsprechenden Stellen mit Heißkleber oder Montagekleber eingeklebt. Dies ist alles, was wir für den Anlageunterbau tun müssen. Und schon kann es mit dem Aufbau der Gleise losgehen und wir beginnen mit dem Zusammenbau der mitgelieferten Brücken. Diese werden ganz einfach nur zusammengesteckt, dabei müssen wir alle Steckstellen fest bis zum Einrasten zusammendrücken. Nachdem alles zusammengesteckt ist, wird die Brücke an ihre Position gebracht, angezeichnet und anschließend montiert. Nun können die Gleise möglichst in der Mitte der schon werkseitig kolorierten Gleistrassen festgeschraubt werden. Anschließend werden die Straßen und Plätze mit noch flexiblem Straßenkrepp ausgestattet. Kaum zu glauben, schon nach circa vier Stunden ist es endlich soweit. Mit der ersten Probefahrt kann das Spielvergnügen schon mal losgehen. Faszinierend ist es jedoch auch, wenn echtes Wasser im sprudelnden Bachlauf die Anlage belebt. Unsere späteren Miniaturbewohner der Modelllandschaft benötigen noch Häuser, in denen sie wohnen können. Die Flächen für die Häuser mit den entsprechenden Wegen sind schon vorgesehen. Die Häuser, eine Kirche und nicht zu vergessen der Bahnhof, müssen mit Schmelzkleber aufgeklebt werden. Für diesen gesamten Teil sind nochmal circa eineinhalb Stunden zu veranschlagen. Der vierte Schritt auf dem Weg zur betriebsfertigen Anlage steht unter dem Motto Bepflanzen und Bevölkern. In circa acht Stunden haben wir nun mit dem noch fertig Gelände Königsfeld eine komplette betriebsfertige Anlage mit viel Spielvergnügen geschaffen.